Ich habe hier eine alte Eisenbahnbrücke, das ist ein Dampflok. Pallagwein hatte die erste Eisenbahnbrücke in Amerika. Ich habe hier eine Eisenbahnbrücke in Amerika. Ich habe hier eine Eisenbahnbrücke in Amerika. Aber ich habe hier eine Eisenbahnbrücke. Und die muss... wie immer diese alte Dampflok. . Das ist daflug, oder? Das ist das Luftworte. Das ist das Luftworte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020